ARD Text im Auftrag von Funk Ich hatte erwartet, noch einige Minuten mehr zu haben, nun. Nun gut. Persönliche Gefechtssimulationen sind nun bereits seit mehreren Minuten ein Hobby von mir. Ich habe in der Zwischenzeit mehr als 2000 davon durchgeführt. Ihre Überlebenschancen sind der Ring. Du irrst dich, gib auf. Das wird sich zeigen. Angreifen! Das will ich sehen. Okay. Ich gehe mal ein bisschen zurück, besser gesagt. Okay, geht nicht. Ich tue leuchtet zwar blau, aber ich kann da nicht durchgehen. Okay. Muss ich da jetzt was klicken? Äh, im Kampf nicht möglich. Okay, ich weiß zwar nicht, was das genau ist, was da war. Ach, da ist ja schon ein Game-Di-Captain. Achso. Das war ja einfach. Boah, der hört auf, mich mit Giftspray anzusprühen. Ist ja ekelhaft. Ich wusste nicht, was es so was gibt. Und schaust du wieder weg? Boah, der hört auf, mit deinem Giftspray, ich hasse das. Ja, genau. Schubst dich weg, wenn du, wenn ich meinen Machtblitz aktivieren will. Genau. Oh fuck, jetzt kommt diese Passage. Oh scheiße, was muss ich hier machen? Ich brauche Hilfe. Vielleicht muss ich die richtige finden, ne? Okay, jetzt habe ich es versaut. Ich habe es aber gerade versaut, wie man sieht. Gibt es nicht irgendwie so eine Fähigkeit, mit der ich wiederbeleben kann, oder geht das nur als Heiler? Okay, ich habe mich jetzt erstmal hoch. Boah, es verpisst sie sich wieder, die Tusse, eh. Oh fuck, die mit dem Giftspray. Was, was, ich kann das ja unterbrechen, sehe ich gerade. Die kann ja unterbrechen, die Tusse. Oh shit. Okay, Anti-Schwerkraft ist auch nicht schlecht. Oh fuck, jetzt muss ich ja die richtige finden. Und die anderen möglichst schnell ausschalten, was ich aber nicht geschafft habe. Okay. Das finde ich sau schwierig, derzeit so. Okay. Das wird gar nicht mehr so einfach, der Fight. Äh, ich... Scheiße. Ich habe mich genau in die Tür gestellt, scheiße. Okay. Das sollte man sich mal nicht machen. Ich provoziere es jetzt auch gar nicht erst. Nicht, dass nachher wieder irgendwelche komischen Bugs hier auftreten dadurch. Ich wusste gleich, dass es geht. Okay. Aber wie ich das schaffen soll, weiß ich jetzt gar nicht. Soll ich da irgendwas bestimmt aktivieren, oder so? Lol. Also hier sieht man gerade, was man nicht machen sollte, wenn die einmal gestorben ist. Aber jetzt ganz im Ernst, was soll ich hier machen? Soll ich einfach nur schnell genug sein, oder was? Erstmal muss ich den Scheiß unterbrechen, das ist schon mal klar. Nächstes Mal weiß ich das auch. Vielleicht ist das doch einfach nur der Fehler gewesen. Ich meine, die hat ja gerade so viel Schaden da rein rausgehauen. Das habt ihr... Ihr habt es ja gesehen. Vielleicht muss ich einfach nur ganz, ganz schnell sein. Aber so geht es natürlich nicht. Dann muss ich irgendwas Bestimmtes von ihr unterbrechen, dass sie es nicht macht. Ja, das muss ich auf jeden Fall schon mal unterbrechen, das ist klar. Hier muss ich rausrennen, das ist auch klar. Mich nervt es doch irgendwie gerade, dass es die ganze Zeit nur auf den Gefährten geht. Ich schieße gerade irgendwas auf mich drauf, nö. Oh fuck, jetzt stehe ich hier irgendwo am Rand fest. Okay, weg mit dir, weg mit dir. Boah, das hab ich gut gemacht. Aber wenn man da irgendwo am Rand festbuckt, und... Ja, dann nervt das natürlich extrem. Boah, alter, wie ich den Kampf damals für die Lüge-AP-Geschaffter fragen mich jetzt immer noch. Also, wie man das im Veteran alleine schaffen soll, das wird wahrscheinlich überhaupt nicht möglich sein. Und ich hab nicht mal eine Bubble jetzt. Falls ich... Falls irgendwie sonst was passieren sollte. Boah, alter, hör auf, wegzuschopfen. Ich kann das nicht mehr ab. Wo ist die jetzt da? Boah, der hat da noch so viel Leben. Was an der Kampf ist, ist gar nicht mal so einfach. Okay, jetzt kann ich nicht antworten. Okay, alle weghauen, alle weghauen, die nicht echt sind. Alle weghauen, alle weghauen. Okay, ich muss einfach nur eine anschießen, die unecht ist. Okay, dann hauen alle ab. Das lese ich jetzt gerade... Das lese ich jetzt mal nicht durch, was da jetzt steht. Ich wurde zwar gerade angeschrien, aber darauf scheiße ich jetzt. Wenn ich jetzt irgendwo ein anderes Fenster wechsle, bin ich tot. Ja, ja, halt die Klappe jetzt. Jetzt gerade nicht... Ich kann sie nicht antworten. Naja, hab ich doch irgendwie einen Schwachchat reingezogen, wenn das so auf geht. Dann kann mir jeder zuhören bei den Folgen. So. Okay. Boah, ich glaube, jetzt macht er den Scheiß da wieder. Diesmal aufpassen, die hier weghauen. Fuck, weg, 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 weg. Okay, also wenn man... Hier muss wirklich nur erstmal eine falsche anschießen, dann gehen sofort alle weg. Okay, also sonst schafft man das nicht. Das ist sonst extrem hart. Okay, aber der Kampf finde ich trotzdem extrem kompliziert, wenn man hier nicht weiß, wie es geht. Ich weiß auch noch, muss ich halt noch mal die hier rein. Das ist nur zumindest kurz, dass ich zumindest ganz kurz ihre Ruhe hab. Oder meine Ruhe hab, besser gesagt. Oh shit, was macht die jetzt wieder? Macht die jetzt wieder ihren komischen Scheiß da? Ach nee, da hinten ist sie. Boah, wir haben's geschafft, nice. Warum fühlt die jetzt noch Attacken aus, wenn die schon tot ist? Das war unglaublich. Meine unwahrscheinlichsten Berechnungen wurden übertroffen. Was redet sie da? Das hört sich nicht gut an. Jetzt weiß ich, wie es ist. Selbst scheitern ist mein Scheitern. Meine Entscheidung ist das nicht wunderbar. Du bist durchgedreht. Du triffst die Entscheidung? Das wird nicht lange wunderbar sein. Soll das etwa heißen, dass du jetzt einen freien Willen hast? Wie ist das möglich? Das ist nicht einfach, sie abzulenken. Gefangene, Sprungtruppen. Nichts konnte sie lange aufhalten. Und doch konnte ich meinen Teil erfüllen. Nun kann ich tun, was immer ich will. Was immer ich entscheide. Ich schlage das Geschäft vor. Willst du dich einfach vernichten? Hat Scorpio das ausgelöst? Selbstzerstörung ist nie eine gute Idee. Auch nicht für einen Druiden. Es ist nun ihre Existenz, die auf diesem Schiff endet. Nicht meine. Ich habe entschieden, mein Bewusstsein in die Frequenz zu übertragen. Und nun, da ich fertig bin, habe ich entschlossen, zu gehen. Falls die komplette Zerstörung des Schiffs sie nicht tötet, dann wird es sicher Imperator Arkhan tun. Er sollte schon in Kürze mit der Hohen Richterin eintreffen. Wo ließen sie das sterben? Ich kann den Befehl nicht rückgängig machen. Der Zugriff ist gesperrt. Der Druide kann uns helfen. Verlass das Schiff. Wir müssen verschwinden und uns neu sammeln. Wir brauchen einen neuen Plan. Das sehe ich ähnlich. Commander, hört ihr mich? Wir haben es zu den Rettungskapseln geschafft. Aber irgendwas stimmt nicht. Sie nehmen unsere Befehle nicht an. Die Energie fluktuiert wie verrückt. Ich kann sie von hier aus starten, aber sie sind in drei unterschiedlichen Kapseln. Ich muss sie nacheinander losschicken. Hier bricht alles auseinander. Bitte, helft uns! Also geht. Welche Kapsel zuerst? Die Republikanische. Die Leute von Sakul. Die Imperiale. Bringt Rankin und ihre Leute in Sicherheit. Wird erledigt. Eine geht sicher noch. Was danach passiert, kann niemand sagen. Was ist los? Ihr müsst uns hier rausbringen. Rettet die Republikanische Kapsel. Rettet die Leute von Sakul. Schickt er als nächstes Malita Tal und ihre Leute. Oh shit. Hier hätte ich wieder Münze machen müssen. Die Kapselrampen sind zerstört. Zwei habe ich sicher rausbekommen. Der Rest hat es nicht geschafft. Ich habe es versucht. Ich konnte sie nicht alle rechtzeitig rausbringen. Ich fasse es nicht. Senator Corden. Tod. Wir werden ein ähnliches Schicksal erleiden, wenn wir nicht von diesem Schiff runterkommen, bevor es sich selbst zerstört. Ich sehe da was, das nicht nach Trümmern aussieht. Soll ich darauf schießen? Sie gehören zu uns. Nehmt sie auf. Wir sind mit der Fähre direkt dahinter. So viel zu diesem Frequenzplan. Wir haben eine Verbündete gefunden. Selbst dafür keine Zeit. Das war Skorpios-Fehle. Es war kein kompletter Fehlschlag. Die Gefangenen, die wir retten konnten, werden uns beim Kampf gegen Arkhan unterstützen. So lange wir es lebendig von diesem Schiff schaffen, brechen wir auf. Okay. Entkommen zum Hangar des Schlachtkreuz. Ja, genau. Ich glaube, ich sollte dich schnell abhauen. Ja, komm, du Rüde. Sollst du es vielleicht auch mal abhauen? Hier, wo komme ich jetzt hier raus? Da komme ich. Ob das da jetzt einfach eingebrochen ist? Fakt, falsche Richtung. Ich muss da lang. Das habe ich nicht gesehen. Wo muss ich durch? Wo muss ich raus? Nee, da durch. Da durch muss ich jetzt sogar durch, ne? Ja. Boah, das muss ich jetzt mal finden. Jetzt umdrehen, da lang. Dadurch. Boah, Alter, das ist ja ein Irrgarten. Bis zum geht nicht mehr. Dadurch. Hoffe ich mal zumindest. Genau, hier ist der Fahrstuhl. Das heißt doch Aufzug im Brandfall nicht benutzen. Okay, weg sind. Ja, hauptsache die Sprung-Tropische noch da, ne? Wir sind am Leben. Ich wollte nur sicher gehen. Achso, die sind schon gestorben. Achso. Hauptsache, die versuchen, uns doch zu besiegen, ne? Die sollten vielleicht die wir auch mal abhauen, ne? Weil ich meine, das sind, glaube ich, eh sowieso Droiden. Von daher wird es denen auch nicht stören. Die besonderen Fahrstuhl können wir aber nicht benutzen. Der ist zu. Ähm, ihr solltet lieber von dort verschwinden. Ja, die Tür-Automatik funktioniert glücklichweise auch noch. Boah. Da bin ich fast schon wieder reingefallen. Wie, jetzt bricht da noch irgendwas auseinander, ey. Ich muss hier weg. Und raus hier. Okay. Ja, spring wieder weg da. Spring da wieder runter. Hallo zusammen. Der Imperator und seine Phantastillionen Schiffe sind gleich hier. Und ich finde, dann sollten wir besser weg sein. Frage ist es hier. Sag mir, Bruder, ist dein Schweigen diesmal ein Zeichen des Zweifels oder der Sicherheit? Ich will einen Grund hören. Warum habt ihr Senator Corden sterben lassen? Ich wollte sie alle retten. Die Republik ist immer noch mein Feind. Vergesst nicht, wer ihr das Sagen hat. Ich hatte keine Zeit zum Diskutieren. Ich musste eine Entscheidung treffen. Aber ich wollte nicht, dass sie sterben. Das wisst ihr. Wir alle bringen Opfer für unsere Sache. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Arkan derjenige ist, der für unsere Verluste verantwortlich ist. Ich bin euch auf ewig dankbar. Ihr habt bei unserer Rettung viele Herausforderungen überwunden. Das werde ich nicht vergessen. Hey Commander, seht euch das hier mal an! Die Schiffe außerhalb dieses Sektors scheinen nicht mehr auf deine Befehle zu reagieren. Was für eine interessante Entwicklung. Das ändert gar nichts. Mit der ewigen Flotte können wir uns beschäftigen, nachdem wir uns um Vater und den Fremdling gekümmert haben. Wie du meinst, Bruder. Du bist der Imperator. Erst hatte die Gravestone einen kompletten Aussetzer und jetzt das. Keine Reaktion, gar nichts. Vielleicht wurde sie von einer Spannungsüberladung getroffen. Habt ihr herausgefunden, was mit der Energieversorgung los war? Jemand hat direkt vor dem ganzen Chaos mit der Gravestone kommuniziert. Ich glaube, es war ein Rücksetzungsbefehl. Er kam vom Schiff der ewigen Flotte. 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 Ich musste sie glauben lassen, dass ich deaktiviert wurde. Du warst das? Wie kommst du dorthin? Du hast mich betrogen! Ich nehme dich auf und du fällst mir in den Rücken. Wir hatten eine Abmachung. Sie wollten etwas. Ich wollte etwas. Ich habe das, was ich wollte, noch etwas eher bekommen. Das Kommando über die ewige Flotte. Das Imperium von Sarkul ist jetzt in meiner Hand. Bis zum nächsten Mal.